Ich glaube, ich bin bereit, meinen Shopify-Store zu eröffnen. Los geht's! Bist du dir sicher? Ich meine, wie willst du den Überblick über all deine Transaktionen in der EU behalten? Die Finanzbuchhaltung wird nicht einfach sein. Und was ist mit der Umsatzsteuer in den verschiedenen EU-Ländern? Weißt du denn, wie man über den OSS meldet? Hey, immer mit der Ruhe. Mit Text-Do habe ich das alles unter Kontrolle. Guckt mal hier. Mit Text-Do kann ich meinen Shopify-Shop mit nur wenigen Klicks verbinden und jeder Verkauf, jede Retoure und jede Lagerbewegung wird automatisch und schnell im Hinblick auf die Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung ausgewertet. In meinem Text-Do Dashboard habe ich einen kompletten Überblick über die Umsatzschwelle und meine Steuerpflichten in der gesamten EU. Jeden Monat lade ich einfach die vorbereitete Transaktionsliste herunter, um sie direkt mit meinem Steuerberater zu teilen. Mit Text-Do als einzigem Anbieter, der die Themen Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung vereint, erhält man nicht nur konsistente DATEV- und OSS-Berichte. Text-Do wertet auch die Retouren automatisch aus und liefert mir einen Korrekturbericht, der die ganze manuelle Arbeit abnimmt und Sicherheit bietet. Seid ihr jetzt bereit?